Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Vlog, mein erster Vlog. Ich wollte nie einen machen. Nun ist er da. Warum? Naja, ich habe keine große Lust, irgendwie bei der Hitze große Videos zu drehen. Und deswegen mache ich nur einen Vlog. Es ist jetzt kurz vor acht. Wir sind draußen beim übernachten. Wir, die Kinder. Da ist der eine. Hier ist dieser andere. Ja, bei dem Cartoma. Echt super. Und ich werde es mir im Zelt gemütlich machen. Und deswegen schalte ich jetzt auch wieder aus. Das war es eigentlich soweit. Das ist der erste Tag. Wir sind jetzt eine längere Zeit da. Wir haben Urlaub und deswegen gehen wir eine Menge raus. Was heißt eine Menge raus? Ganz oft raus. Also dann. Ciao. So, dadurch, dass das Taf unten nicht ganz am Boden war, hatte ich ein bisschen Luftzirkulation. Es war recht angenehm frisch. Kann ich mich nicht beklagen mit dieser Nacht. War nicht so heiß, wie ich erwartet hätte. Wie hast du denn geschlafen? Wenig. Oh je. Guten Morgen, wie hast du denn geschlafen? Gut. Wir sind wieder am Zusammenräumen. Und dann geht es zurück. Somit ist die erste Übernachtung gelaufen. So, wieder auf dem Heimweg. Die Übernachtung war klasse. Es war recht chillig. Wir sind ja auch erst recht spät am Abend dort gewesen. Geschlafen habe ich sehr gut. Der Kleinste hat gut geschlafen. Ja, es war auch eine angenehme Frische. Ich habe den Swagpin bloß als Decke benutzt. Sonsten klasse Sache. Das war es dann erstmal für heute. Jetzt geht es nach Hause zum Duschen. Und dann legen wir uns noch mal ein bisschen hin. Wie spät ist denn jetzt? 7.53 Uhr. Naja. Einen Tag ein bisschen relaxed angehen. Schließlich haben wir ja Urlaub. Jo, Freunde. Heute beim Wildscouten diesen schrecklichen Platz gefunden. Da ist alles voller Knochen ringsrum. Brutal. Ich möchte gerne wissen, wer sowas macht, ehrlich gesagt. Jo, komm! Jo, komm! Jo, komm! Wenn du schon wieder auf hispalden, gehst du, dann sagst du nicht böse Jo, komm! Ja, wer wacke! Jo, komm! Jo, komm! Jo! Jo, komm! Jo, komm! Jo! Ja, finde ich krass. Schade, der Wald ist nämlich sonst recht traumhaft, aber das finde ich schrecklich, so Plätze. Servus, heute ein bisschen Bergwandern, Chiemgauer Land, jetzt sieht man natürlich noch nichts, ein Magfaltstein ist auf der anderen Seite, da wollten wir nicht hin, da ist immer so viel Betrieb, jetzt schauen wir uns diesen Berg mal an. Ja, genau. Ah, herrlich. Okay. So. 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 Super schön ist wie in so einer Klamm hier, also immer dieser Fluss hier da und Holzbrücken, echt tot Weg. Geht auch ganz schön hoch manchmal, aber das kann man schon schaffen. So, Prost Freunde! So, kleines Panoramabild. So, ein bisschen außer Atem, wir sind jetzt noch ganz nach oben gegangen und das Bild ist viel zu hell. Da unten. Und hier ist die Matte. Unser Pausenplatz. So schaut es hier oben aus. So ihr Lieben, der Tag ist gelaufen. Kurz vor sechs, mehr gehen noch weiter runter. Gerade ein bisschen erfrischen noch am Wasser und das war es dann. Oh Gott! Untertitelung des ZDF, 2020 Schaut doch gut aus, hast doch mega Platz. Fühlt sich gut an, oder? Herrlich. Der Catlon-Kissen ist auch nicht schlecht hier. 14 Euro. Super Sache. Da kommt hinten ein Rücken dran. Das ist bequem wie Sau. Richtig gemütlich. Eigentlich wollte ich heute gar nicht filmen, aber die Jungs hatten Bock, dass wir mal wieder ein Video machen. Passt, oder? So, wir haben echt lang gebraucht für das Setup hier, muss ich sagen, weil wir nochmal umgezogen sind. Es war nicht ganz zufriedenstellend für die Kleinen, aber jetzt passt es. Top Umgebung, mitten im Wald hier. Schauen wir mal, ne? Wie es wird. Kleiner arbeitet und sägt. So muss das sein. Passt alles. Du hast dich ja gehalten. Stimmt. Was ist das denn? Na, alles gut? Ja, ja. Siehst scheiße aus, Jona. Siehst aus, als ob du eine Nacht durchgemacht hast. Jetzt bist du doch noch eingeschlafen. Voll für den Arsch, gell? Die Uhrzeit. So, fast fertig geräumt, das Ganze. Wir haben keinen Bock mehr, oder? Ja. Und deswegen sage ich und die Kinder jetzt Servus. Ciao, bis zum nächsten Mal. Draußen in der Natur, hier im Wald. So. Heute ist Dienstag. Jetzt geht es zum Sepp-Waldhandwerk nach Bad Tölz. Zum Übernachten im Wald, natürlich. Ja, mal gespannt. Das war jetzt mal echt scheiße. So, wir fahren jetzt nach Bad Tölz zum Sepp-Waldhandwerk. Und mal gespannt. Das erste Treffen. Hoffentlich verbringen wir da eine schöne Zeit. Obacht. So. Halt mal die Kamera kleiner. Und dann. Jona. Jo. Hopp. Gut. Alles okay. Achtung, Deckel. Ich muss noch mal runter. Ich habe meine Kappe vergessen. Achtung. Kopf. Bast. Das ist immer selber. Ich vergesse immer irgendwas. Irgendeine Kleinigkeit bleibt immer liegen. Ja, wo sie sind. So, da. Jetzt noch den Rest besorgen und tanken. Dann geht es weiter. Ein bisschen verzögert. 20 Minuten. Es ist immer ein bisschen schwierig, das morgens zu koordinieren. Also auch nicht. Manchmal bin ich zu früh überall. Und heute bin ich ein bisschen später. Nein, wir haben Urlaub. Wir haben Zeit, gell? Ja. Ja, das ist das. Ah, ja, ja. Gerade erfahren, dass ein lieben Sepp seine Tochter krank geworden ist. Jetzt werden wir ein bisschen ummodeln müssen. Mal schauen, wie es letztendlich dann endet. Wir fahren jetzt trotzdem mal hin. Und wenn es halt gar nicht geht, dann muss ich mit den Jungs eben alleine zurechtkommen. Weil, wenn das Kind krank ist, da zwinge ich jetzt den Sepp nicht dazu, dass er mit uns da oben rumkrabbelt. Jetzt schauen wir einfach mal. Das ratschen wir nachher dann aus. So, 10 Minuten noch ungefähr. Dann sind wir beim Sepp Fischer. Ich filme dann nicht, wenn wir dort sind. Ich weiß nicht, wegen der Privatsphäre. Vielleicht kann ich dann drinnen filmen. Ansonsten mal... Also, ich bin jetzt hier in Holzkirchen. In der Nähe Tegernsee. Einfach wunderschön, wenn ich überlege, dass ich hier früher mal gewohnt habe. Eigentlich ärgert es mich, dass ich hier nicht mehr bin. Raus aus dem Haus. Huschgrafen. Beim Sepp. Endlich haben wir uns mal getroffen. Jetzt haben wir schon ein bisschen geschmatzt, was wir so machen. Jetzt haben wir gerade einen kleinen Stop an der Isar. Und die beiden kriegen jetzt eine kleine Steinkunde von Liebensepp. Genau. Da schauen wir mich zu. Der Bernd hört einfach weg. Ich höre einfach weg. Oder schaut es sich dann auf dem Video an. Genau. So, schaut mal her. Und zwar, wenn ihr mal mit Steinen arbeiten wollt oder müsst, weil ihr ein paar Messer oder Werkzeuge mit habt, ein paar Kleinigkeiten. Zum einen, dunkle Steine sind immer schwerer wie helle Steine. Wenn die gleiche Größe mit einem hellen Steine ist der dunkle Stein immer der schwerere. Das heißt, der dunkle Stein ist stabiler, ist manchmal auch zum Klopfen gut. Oder könnte man jetzt den, weil er so schön rumgelutscht ist vom Wasser, als Schlagstein verwenden, als Hammerstein, wenn man irgendwo was abschlagen muss oder so. Dann Steine, die hell klingen, der da zum Beispiel, der klingt hell, ja. Steine, die hell klingen, ergeben scharfe Schneidkanten. Steine, die dumpf klingen, wie der wahrscheinlich selber. So was, der, der dumpf klingen, ergeben keine scharfe Schneidkante. Diese pflegten Steine, die man so früher genommen hat, so für diese Pfeilspitzen bei den Startseitlern oder die wir manchmal hernehmen, also zum Feuerschlang, habt ihr bestimmt schon irgendwo gesehen, die sind zum Beispiel, klingen sehr, sehr hell, fast glasig. Am Fluss oder Bachrand, Moos findet's und die Steine sind so sauber wie da, dann habt ihr ein gutes Wasser. Und die Steine sind mehr oder weniger bemoost, dann ist ein schlechtes, dreckiges Wasser. Da soll nur im Notfall kleinste Mengen trinken. Aber besser das trinken, als wir gar nichts trinken. Über längere Zeit, wenn wir nicht verstehen. Hä? Also wenn wir ganz weit sind, Quarz, voller Quarz. Ja genau, wenn man an einem Fels, ist ja an einem Felswand, ist ja auch manchmal so eine große Quarzspur drinnen. Wenn man die aufschlägt, macht mir das interessant, dass du da sowas antriffst, ne? Krass. Tja, seit man unterwegs, lernt man richtig was. Weil die wollten ja möglichst viel Grundstück zum Pflanzen unterwischen, ne? Jetzt ist ja das nichts mehr wert, jetzt kaufen wir das Getreide in Indien, ne? Ja. Aber es ist auf jeden Fall essbar. Ein Korbblütler ist immer erstens so zusammengefasst wie in einem Ort Korb. Dann hat er da den Verbund von vielen Blüten. Und wenn er innen dunkel und außen hell ist, wie die Margariten, wie die Sonnenblume, wie das Gänseblümchen, ist er immer essbar. Wenn er innen hell ist und außen dunkel, dann lässt er die Finger davon. Wenn er außen dunkel ist und noch so schwarze Ränder hat, da geht er da so spitz zusammen, dann... Ich esse nicht gut. Auf keinem Essen. Ja. Aber ansonsten, sehr, sehr viele Korbblütler sind essbar. Beispiel die Artischake ist der größte Korbblütler. Eine Riesenblume und sehr gut zum Essen in der Küche. Auch vom Gänseblümchen bis zum Sonnenblume und das Gesteit könnt ihr essen. Jetzt haben wir einige Stationen mit dem lieben Sepp abgearbeitet, also angeschaut. Bisschen was gelernt über Pflanzen und so weiter. Steine, echt toll. Ein bisschen kurze Zeit verbracht und schon so viel gelernt. Da steckt schon was dahinter hier. Das ist schon erstaunlich. Tja, jetzt fahren wir zum letzten Platz, da wo wir dann übernachten werden. So, jetzt geht's richtig los. Jetzt laufen wir irgendwo dahin, keine Ahnung wohin. Und sind einfach gespannt, wo's uns heute hinführt. So, Leute. So, Leute, ich bin noch ein bisschen kaputt. Gerade Feuerbohren gemacht mit dem Sepp und ihr glaubt's gar nicht wie anstrengend. Das ist unglaublich. Naja, es geht so. Also, auf jeden Fall verbesserungsbedürftig. Hm, es ist gerade 19 Uhr. Jetzt kommt der chillige Teil. Ein bisschen ausruhen. Viel gelernt heute. Und jetzt werden wir noch ein bisschen ratschen. Und so weiter. Ja, wenn ihr das ganze Video sehen wollt von dem Ausflug mit dem Sepp, dann schaut auf meinen Kanal vorbei, es kommt demnächst. Das ist ja hier nur der Vlog, deswegen werde ich da nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall, ich war beim Feuerbohren die Disziplin, vor der ich am meisten Respekt habe. Naja, genau. Okay. Dann geht's hier mal weiter. Unsere Küllanlage, da hinten der Bach. Bierquelle hat er. Danke. Prost. Auf euch. Prost auf euch. Und Prost auf dich, Sepp. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Es gefällt mich. Wir haben lange schon herumprobiert. Weißt du, ja, treffen wir uns dort und da. Ich schau immer auf das Ding da auf. Ich schau immer auf das Ding da auf. Ich schau immer auf das Ding da auf. Ich hab sowas nie. Weißt du, naja. So, das müsste der Buschkraft helfen sein, wenn wir uns nicht komplett irren. Aber ich denke schon, dass wir es hergefunden haben. Traumhaftes Plätzchen hier oben. Schaut's euch das an. Die meisten kennen das ja schon aus den Videos von Sepp und so. Aber es ist schon herrlich. Ja, wir bleiben jetzt noch eine Nacht hier, haben wir ausgemacht. Na schmarrn, war nur ein Spaß. Wir sind müde, wir gehen jetzt zurück. Wir gehen jetzt runter. Zum Auto und fahren nach Hause. Schade. Aber wirklich klasse. Kann man nix sagen. Super. So, endlich geht's los. Unterwegs nach Amberg zum Buschkrafttreffen. Und neben mir ist der Dustin. Hallo. Dustin Mayer aus unserer Gruppe. Und er ist so freundlich und nimmt mich heute mit, weil er aus meiner Gegend kommt. Echt super. Ja, dann freuen wir uns auf einen angenehmen Tag. Super. Mal gespannt, wie es weitergeht. So, wir sind jetzt angekommen auf unserem Treffplatz. Zwei Leute sind auch schon da. Die bauen ihr Setup auf. Und Dustin hier. Da ist er. Kocht sich was. Ich dann auch. Versuch's zumindest. Hab ein paar Sachen vergessen. Ah, ärgerlich. Meine Gore-Tex-Jacke. Dafür hab ich die Hose dabei. Und ich hab so einen kleinen Topf zum Kochen. Also ich hab ja nichts anderes geplant gehabt. Hätte aber jetzt das die Möglichkeit zu machen. Der Dustin hat mir was abgegeben von dem. Ja, muss ich mal schauen, wie ich das mach. Auf jeden Fall. So, das ganze Video, das ist bei mir dann auf dem Kanal. Du schläfst auch in der Hängematte, gell? Nee, nee, ich mag draußen nicht. Das hatten wir ja beim letzten Video schon besprochen. Ich geh dann ins Hotel. Achso, ja, richtig. Da hatten wir ja schon mal geredet. Wir mögen draußen nicht. Und da hat er mit der Hängematte, ne? Deswegen, ja. Ja, gut, wir haben ja extra für dich. Machst du dann halt nachher. Ich hab ja gesagt, du machst dann irgendwo so ein Bild. Wo wir dann drunter schreiben. Sven pennt draußen. Richtig. Gar nicht macht. Alles klar. Also ihr habt das mitgekriegt. Sven mag draußen gar nicht. Voll verwöhnt hier. Das wär's dabei gewesen, wüsstest du's. Genau. Das haben wir gewonnen gewesen. So, gell? Krass. So, hast du noch ein bisschen lustig. Aber ich hör jetzt auf zu filmen. Mir reicht's. Danke fürs Reinschauen. Es hat euch... Ne, Quatsch. Lass dich. Wunderbar. Ich schaff nie den Schluss. Echt unglaublich. So, ja. Alles ist noch lustig hier. Jetzt grad nicht. Nach vor keiner. Ja. Mei. Also ich werd dann irgendwann abbauen. Dann gehen wir alle heim. War eine schöne Zeit. Buschkraft-Treffen ist dann damit vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Macht's gut. Servus. Ciao. 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 Vielen Dank.